Hallo Freunde, heute geht es etwas um etwas anderes, nämlich meine Traumliga im Fußball. Wir gehen die ersten drei Ligen plus etwas Regionalliga durch und da werdet ihr gleich schon merken, ich denke ganz anders als viele andere in Deutschland und möchte eine ganz andere Bundesliga haben. Ich versuche das natürlich auch ein bisschen neutral bewertet zu haben, aber natürlich spielt in einigen Punkten auch die Sympathie eine Rolle. Sorry, das war mein Ladekabel und wir werden jetzt sehen, wie das aussieht. In der Regionalliga. Ah ne, wartet. Hä? Wartet. Spielt meiner Meinung nach trotzdem, auch wenn ich den Verein mag, der 1. FC Schweinfurt. Ja, Schweinfurt liegt bei Bad Kissingen, Bad Brückenau habe ich ja schon mal gesagt. Schweinfurt ist insgesamt ganz cool unter Frankenregion, aber insgesamt reicht es dann in meiner Top-Ligen-Sache trotzdem nicht ganz für die dritte Liga in den Profibereich. Kommen wir zum nächsten Verein. Borussia Mönchengladbach ist bei mir auch knapp nur in der Regionalliga, heißt aber nicht, dass sie da bleiben müssen. Sie können gerne hin und wieder mal in die dritte Liga aufsteigen, aber ihr merkt schon, Borussia Mönchengladbach würde bei mir deutlich schlechter sein als in echt. Woran liegt das? Ja, Borussia Mönchengladbach ist für mich ein Verein, der nicht so wirklich ganz nach oben gehört, aber das ist auch nur meine persönliche Einschätzung. Dann Kickers Offenbach kann von mir aus in der Regionalliga bleiben, habe ich jetzt nicht wirklich was dagegen. Berliner AK würde bei mir zwischen Dritter und Regionalliga immer wieder hin und her switchen, weil Berliner AK aus Berlin-Mitte, aus dem Stadtteil Moabit, ist mir eigentlich sehr sympathisch, haben damals Hoffenheim rausgeworfen. Berliner AK kann gerne mal aufsteigen. Generell gibt es viele Berliner Vereine, die ich sympathisch finde, zum Beispiel Viktoria Berlin, aber ich glaube, die habe ich in meiner Auflistung hier vergessen. Mein Fehler, sorry. Und auch in der vierten Liga würde meiner Meinung nach VfL Osnabrück spielen, aber die würden auch zwischen Dritter und Vierter Liga immer wieder hin und her wechseln, aber VfL Osnabrück ist für mich kein Verein, mit dem ich sonderlich viel aus Niedersachsen verbinde. Dritte Liga, knapp in der dritten Liga wäre Tebo Berlin, Tennis Borussia Berlin aus Berlin-Kreuzberg? Boah, keine Ahnung gerade. Ich glaube, Berlin-Kreuzberg müsste es sein. Tennis Borussia Berlin ist mir relativ sympathisch, genauso wie Blau-Eis 90 Berlin oder Tasmania Berlin. Da können wir jetzt alle drei Vereine mit reinnehmen, vereint in einem Verein. Tennis Borussia ist okay, ist eigentlich ganz cool. BFC Germania 88 finde ich ja auch ganz cool. Es gibt viele Berliner Vereine, die richtig cool sind und Tennis Borussia gehört meinem Mann nach dazu und würde bei mir auch zwischen Dritter und Vierter Liga immer hin und her wechseln. Acht im Berliner AK habe ich doppelt aufgeschrieben. Ja gut, dann tun wir das mal ändern. Und tun hier jetzt Victoria Berlin rein. Ich glaube, die sind auch aus Berlin-Kreuzberg, kann das sein? Wir können auch jetzt Dynamo Berlin oder FC Lichtenberg nehmen. Egal, Victoria Berlin, ja, sind aktuell auch Dritte Liga, können gerne von mir aus da bleiben. VfB Oldenburg wäre bei mir auch ein Drittligist. Oldenburg ist cool, Großherzogtum Oldenburg früher. Oldenburg gehört meiner Meinung nach schon etwas weiter hoch als die Regionalliga, aber würden bei mir auch zwischen Dritter und Vierter Liga wechseln. Genauso wie der Hallesche FC oder Kimi Halle. Halle ist cool, Halle ist sympathisch. Trotzdem würden sie bei mir deutlich etwas schlechter wegkommen als in echt. Trotzdem sind sie bei mir doch relativ sympathisch. Auch der SSV Ulm landet bei mir in der Dritten Liga. Könnten ja aufsteigen und sie vertreten meiner Meinung nach am allerbesten den Alp-Donau-Kreis und gehören meiner Meinung nach eine Liga höher. Genauso der FC Amberg, aktuell Bayern Liga Nord oder Bayern Liga Süd, also Fünftligist, gehört meiner Meinung nach deutlich höher. Es ist ein Verein aus Bayern, die Fußball macht an der Filz. Filz ist ein Fluss und Amberg ist mir sehr sympathisch. Ich meine nicht Bamberg, sondern Amberg und Amberg eine Stadt mit so 60.000 Einwohnern aus Bayern ist mir relativ sympathisch, gehören für mich in den Profi-Fußball. Genauso Lokomotive Leipzig und da seht ihr auch schon, ich mag Ostfußball wirklich sehr. Ostvereine kommen bei mir noch viel häufiger dran, werdet ihr gleich noch sehen. Lokomotive Leipzig gehört für mich in die Dritte Liga ganz klar und deutlich. Vollkommen unabhängig von deren politischen Einstellungen, von den Fans, was die für Randale machen. Lokomotive Leipzig ist ein Traditionsverein, gehört nach oben. Dann der VfB Lübeck. Lübeck gehört nach oben. Gehört in die Dritte Liga. Lübeck, Freie Hansestadt Lübeck. Gehört nach oben, ist sympathisch. Genauso wie der TSV Oft-Herdingen. Ja, ich komme ursprünglich aus Oft-Herdingen. Ist also natürlich logisch, dass ich da jetzt natürlich eine enorme Sympathie habe. Ich sag mal so, es ist ja Großasbach und Sandhausen schon ganz oben. Kann auch gerne Oft-Herdingen noch dazukommen. Aus dem Landkreis Tübingen, aus der Schwäbischen Alb. Wir bräuchten noch so einen Verein irgendwie ganz oben. Oft-Herdingen, der Verein, von dem meine Oma Fan war. Aber, ja, gehören nach oben, meiner Meinung nach. Aber, ja, da spielt natürlich eine gewisse Sympathie eine Rolle. Ja, Mössingen und alles, ja. Wo mein Onkel wohnt und meine Großtante. So. Platz 11, Sonnenhof Großasbach. Kann von mir aus auch wieder in der Dritten Liga spielen. Habe ich nichts gegen. Ist okay, ist sympathisch. Äh, kann man so machen, ja. Nächster Verein. Erster FSV Mainz 05. Die erste richtige Bombe neben Borussia Mönchengladbach. Dritte Liga wäre bei mir nur Mainz. Ui. Ja, wie soll ich das erklären? Ja. Mainz interessiert mich nicht. Mainz ist für mich langweilig. Es ist für mich kein interessanter Verein. Jürgen Klopp, Sympathie hin oder her. Thomas Tuchel und alles. Mainz kann von mir aus gerne in die zweite oder dritte Liga absteigen. Aber dafür hochkommen kann der 1. FC Frankfurt oder auch vorwärts Frankfurt. Nein, ich meine damit nicht einen Verein von Frankfurt am Main, sondern Frankfurt an der Oder. Also aus Brandenburg ein Ostverein. Und Frankfurt an der Oder hat meiner Meinung nach einen Profifußball verdient und sollte nach oben. Ja, 1. FC Frankfurt meiner Meinung nach in der dritten Liga. Nicht in der fünften. Auf keinen Fall. Dann die Spielvereinigung Unterhaching landet bei mir auf Platz 8 in der dritten Liga. Wäre also für mich ein, ja, sicherer Drittligist. Gehören für mich in die dritte Liga. Und ja, hoffentlich kommen sie da auch wieder hin. Dann Fortuna Düsseldorf. Oh, ja. Nur Drittligist. Ja, wie soll ich sagen? Ich verbinde mit Fortuna Düsseldorf nichts. Die waren jetzt mal aus der Liga. Ja, aber interessiert mich wahrlich jetzt nicht so sehr. Kommen wir zum nächsten Verein. Carl Zeiss Jena. Und oh ja, Junge. Die würden deutlich besser wegkommen als in echt. Sie sind nämlich nur Viertligist in der Regionalliga Nordost. Wie so viele Ostvereine. Und bei mir würden sie in der dritten Liga spielen. Und zwar relativ weit oben mit. Genauso wie Rot-Weiß Erfurt. Erfurt, aktuell nur Oberligist, würden bei mir in der dritten Liga spielen. Und wenn nicht sogar ein Kandidat für den Aufstieg in die zweite Bundesliga sein. Auch der FC Heidenheim an der Brenz darf nicht fehlen. Heidenheim ist mir sehr sympathisch und ans Herz gewachsen. Aber ich würde sie trotzdem nur in der dritten Liga haben wollen und nicht in der zweiten. Aber hin und wieder mal so ein Aufstieg in die zweite Bundesliga kann es gerne mal geben. Dann Fortuna Köln aus der Südstadt von Köln in der dritten Liga. Sind aktuell nur in der vierten Liga. Gehören meiner Meinung nach nach oben. Und ja, da sollten sie hin. Genauso der VfL Ahlen aus Ost-Württemberg gehört meiner Meinung nach in die zweite Bundesliga. Aber auch so ein Aufstiegskandidat für die zweite Bundesliga. Also ist meiner Meinung nach so ein Fahrstuhlverein zwischen zweiter und dritter Liga. Da gehören sie meiner Meinung nach hin. VfL Ahlen ist sympathisch. Und auf Platz 1 Tuss Eneppetal. Ja, Eneppetal spielt nur, glaube ich, Eneppetal, Eneppe-Ruhr-Kreis. Die spielen aktuell, glaube ich, gar nicht so gut. Sind nur in der fünften Liga. Meiner Meinung nach gehört Eneppetal mindestens in die dritte Liga, wenn nicht sogar in die zweite Bundesliga. Und sind hier meiner Meinung nach der Aufstiegsfavorit in die zweite Bundesliga, wenn es nach meinen Wünschen geht. Wir kommen zur zweiten Bundesliga und zum ersten Absteiger in die dritte Liga. Der erste CFR Pforzheim. Pforzheim eine Riesenstadt, größer als Heidelberg zum Beispiel in Baden-Württemberg. Mein Geburtsort, ich sage mal so, Pforzheim, habe ich vieles miterlebt. DFB-Pokalspiele, zumindest eins gegen Leverkusen. Und sie gehören meiner Meinung nach nicht in die Oberliga Baden-Württemberg. Die gehören in die dritte Liga oder in die zweite Bundesliga. Und sind hier, in dieser Sache hier, ein Fahrstuhlverein zwischen der zweiten und dritten Liga. Damit wäre ich mehr als zufrieden. Dann, Viktoria Berlin. Oh Mann, ich habe einen Fehler drin. Ich habe einen Fehler drin, sorry. Ach, welchen Verein machen wir jetzt hier rein? Welchen Verein machen wir hier jetzt rein? Waldhof Mannheim kommt nämlich nicht mehr. Die könnte ich jetzt eigentlich hier reinschreiben. Soll ich das machen? Ah, ne, Waldhof Mannheim mag ich nicht. Ah, ja, das ist natürlich jetzt blöd. Habe ich das ganz vergessen? Mach mal FCR Langen rein, come on. Erlangen sollte auch mal wieder... Erlangen sollte mal drin sein. Oder, oder wartet, wartet, wartet. Riela Singen-Aalen. Riela Singen-Aalen würde ich gerne mal... Riela Singen-Aalen. Die haben damals gegen Dortmund gespielt. Die würde ich gerne unbedingt in der zweiten Bundesliga haben wollen. Gegen den VfL Aushen damals gespielt. Ja doch, Riela Singen-Aalen nehmen wir. Also ihr merkt, ich habe sehr viele baden-württembergische Vereine reingenommen. Ist natürlich logisch, weil es meine Heimat ist. Aber auch in Ostdeutschland habe ich viel reingenommen. Nur der Norden geht bei mir unter. Also Schleswig-Holstein habe ich, glaube ich, nur ein Team reingenommen. Das war's. Gut, kommen wir zum nächsten Verein. Chemnitzer FC gehört für mich zwischen die zweite und dritte Liga. FC Karl-Marx statt. Und ja, trotz der politischen Einstellung von vielen. Chemnitz ist für mich sympathisch. Chemnitzer FC gehört weiter nach oben. Platz 15. Hansa Rostock. Da stehen sie ja aktuell auch in der zweiten Bundesliga. Können sie gerne bleiben. Und ja, so zwischen zweiter und dritter Liga habe ich nichts dagegen, dass die da so sind. Dann KSV Hessen-Kassel gehört für mich in die zweite Bundesliga und nicht in die Regionalliga. Ich glaube, da sind wir uns einig. Kurhessen. Hessen-Kassel ist sympathisch. Kassel ist eine tolle Stadt. Ein Regierungsbezirk hat Kassel. Die Stadt gehört nicht in die Regionalliga. Dann der FSV Frankfurt. Ja, ich finde den FSV Frankfurt einfach sympathischer als Eintracht Frankfurt. Die gehören für mich in die zweite Bundesliga. Und damit wäre Frankfurt abgehakt, weil Eintracht Frankfurt kommt nicht mehr. Die habe ich ausgelassen. Aus gutem Grund. Ich mag den Verein nicht so. So, aber wir kommen zum nächsten Verein. Nein, haben wir Frankfurt an der Oder und Eintracht Frankfurt am Main. Eben Profifußball. Die Würzburger Kickers aus Unterfranken gehören natürlich auch mit rein. Meiner Meinung nach gehören sie in die zweite Bundesliga fest hinein. Und ja, da bin ich klar der Meinung. Dann Hannover 96 auch klar. Zweitligist. Ich mag den Verein nicht, aber zweite Liga können sie ruhig sein, solange Braunschweig vor ihnen ist. Dann, auf Platz 10, Bayer Leverkusen. Ja, Bayer Leverkusen gehört für mich nicht in die erste Bundesliga und schon gar nicht in die Champions League. Die können ruhig mal in der zweiten Liga spielen. Sind für mich ähnlich sympathisch wie KFC Uerdingen. Aber weiter runter würde ich sie nicht wollen haben. Also sie können schon Zweitligist sein. Dann Chemie Leipzig. Ja, Chemie Leipzig aktuell nur Regionalligist oder Oberligist gehören für mich in die zweite Bundesliga. Ganz klar. Platz 8, Energie Cottbus. Energie Cottbus war lange Zeit Bundesligist. Können gerne in die zweite Liga zumindest zurückkehren. Dann der 1. FC Saarbrücken. Für mich ganz klar ein Zweitligist. Er ist einfach enorm sympathisch und repräsentiert das Saarland auf sehr sympathische Art und Weise. Gut, kommen wir zu Platz 6. SV Sandhausen. Sandhausen ist mir einfach ans Herz gewachsen. Kann gerne weiter in der zweiten Liga bleiben. Und fertig. Okay, nächster Verein. Wacker Burghausen. Burghausen finde ich einfach sympathisch. Burghausen ist cool an der Grenze zu Österreich. Wenn ich Bayer wäre. Also wenn ich entscheiden dürfte, was die Hauptstadt von Bayern ist. Ich würde wahrscheinlich Nürnberg oder Burghausen nehmen. Eine von den beiden Städten. Aber München auf keinen Fall. Jedenfalls nächster Verein. Intertürksport Kiel. Ja. Ich finde Intertürksport Kiel, die in der Oberliga spielen, relativ sympathisch. Ich habe sie ja schon mal in einem Video erwähnt. Schon öfters. Und ich finde, die gehören in die zweite Bundesliga. Sie sind mir sehr sympathisch. Sie repräsentieren sehr schön Schleswig-Holstein. Besser als Holstein. Ich mag sie mehr als Holstein Kiel. Muss ich einfach ehrlich sagen. Und ja. Der Verein kann gerne in die zweite Bundesliga. Dann Altona 93. Das ist mein Hamburger Vertreter. Nicht der HSV. Nicht St. Pauli. Nein. Altona 93 landet bei mir in der zweiten Bundesliga. Ich würde den Verein viel lieber ganz oben haben als den HSV oder St. Pauli. Altona ist ja ein Stadtteil von Hamburg. War früher noch eine eigenständige Stadt. Gehört für mich in die zweite Liga. Genauso wie der Örster FC Magdeburg. Auch jetzt habe ich schon gespoilert. Magdeburg. Ja. Ganz klar. Sollte zwischen Örster und Zweiter Liga spielen. Ganz klar. Und Alemannia Aachen sollte zwischen der ersten und zweiter Liga auch ein Fahrstuhlverein sein. Aber Alemannia Aachen ist halt einfach Bombe. Die gehören zwischen der ersten und zweiten Liga. Definitiv. Und da lasse ich mir auch nicht reinreden. Alemannia Aachen ist nice. Kommen wir zur ersten Bundesliga. Wer würde da meinem Meinung nach absteigen und hin und wieder trotzdem wieder in der ersten Liga spielen dürfen? Preußenmünster. Ich liebe Preußenmünster und deswegen landen sie bei mir in der ersten Fußball-Bundesliga. Aber zweite Liga kann für diesen Verein auch schon locker reichen. Wäre auch schon sehr zufriedenstellend. Und Münster gehört auf jeden Fall ganz nach oben. Genauso wie Greuther Fürth. Greuther Fürth ist auch sehr sympathisch. Auch für mich in der ersten Liga sowas von sympathisch. Die gehören da rein und steigen dann mal wieder ab. Aber sie sollten auf jeden Fall zwischen der ersten und zweiten Liga spielen. Werder Bremen genauso. Bremen ist in Ordnung. Aber sympathisch, ja, es geht so. Es geht so. Die sind mir nicht immer so sympathisch, aber irgendwie gehört Werder Bremen halt dazu. Platz 15. Jan Regensburg. Ja, Jan Regensburg sollte meiner Meinung nach in der Bundesliga spielen. Sie sind einfach genial. Für mich eine der besten Städte in Bayern neben Erlangen, Nürnberg und so weiter. Also für mich gehören die ganz nach oben. Viktoria Köln landet dann bei mir auch in der Bundesliga. Ja, Viktoria Köln sollte für mich ganz klar die Nummer 1 in Köln sein. Nicht der 1. FC, sondern Viktoria Köln aus Sportpark Höhenberg. Sehr sympathisch. Viktoria Köln gehört ganz nach oben. Ähm, genau so der Karlsruher SC, ja, repräsentiert das Pfinsttal, die Region um das Pfinsttal. Und ja, ich als KSC-Fan muss natürlich den KSC relativ weit nach oben packen. Aber das, äh, aber am Ende reicht mir natürlich schon 1. Liga oder 2. Liga so. Zwischen 1. und 2. Liga reicht mir. Mehr muss es nicht sein für den KSC. Das reicht vollkommen. Stuttgarter Kickers gehören für mich ebenfalls in die Bundesliga. Weil sie einfach sehr, sehr cool sind. Ich war schon öfters im D-Galloch. Sehr, sehr sympathische Menschen. Stuttgarter Kickers mag ich. Die waren früher noch 3. Liga. Sie sollten mal in die 2. Liga. Ja, aber jetzt sollten sie erst mal wieder in die Regionalliga zurück. Ja, sie sind aktuell 5. Ligist, ja. Aber sie sollten auf jeden Fall wieder hochkommen. Dann Darmstadt 98 bei mir. Ganz klar Bundesligist. Ich finde Darmstadt 98 sehr cool. Und sie gehören auf jeden Fall in die Bundesliga. Genauso der Ostfzene Nürnberg. Ja, Nürnberg ist einfach cool. Kann man nichts anderes sagen. Nürnberg ist ein richtig toller Traditionsverein. Und für mich die Nummer 1 in Bayern. Dann der SC Freiburg. Landet bei mir auf Platz 9. Ist für mich ganz klar gesetzt. In der Bundesliga. Punkt aus Ende. Platz 8. Eintracht Braunschweig. Da haben wir sie. Ja. Hannover 96 habe ich nur in der 2. Liga. Braunschweig auch in der 1. Liga. Weil mir Braunschweig einfach deutlich sympathischer ist als Hannover. Und sie gehören für mich ganz klar in die Bundesliga. Platz 7. VfL Wolfsburg. Ja. Das muss natürlich die Nummer 1 in Niedersachsen. Denke ich mal bleiben. Wären auf jeden Fall schöne Derbys zwischen Wolfsburg und Braunschweig. Wären richtig coole Sachen. Wären richtig coole Derbys. Auf jeden Fall. Und ja. Für mich Platz 7. Platz 6. RB Leipzig. Ja. Ich muss einfach sagen. Auch wenn ich Chemie Leipzig und Lok Leipzig sehr mag. Hat sich Leipzig in mein Herz gebrannt. RB Leipzig ist sympathisch für mich. Und die gehören meiner Meinung nach in die Top 6. Sie können mal Meister werden. Sie können mal in der Champions League spielen. Sie können mal in der Europa League spielen. Alles möglich. Von Platz 1 bis 6. Also da. Braunschweig. Nur weil Braunschweig 8er ist. Heißt das ja nicht. Dass sie jetzt jedes Jahr nicht Europa League spielen dürfen. Nein. Das heißt das überhaupt nicht. Die Traumliga wird ja eh nicht passieren. Aber wenn die passieren könnte. Dann würde auch mal Braunschweig vielleicht mal auf Platz 4 stehen. Oder so. Ja. Das verändert sich ja immer wieder. Dynamo Dresden. Wäre für mich ganz klar in der Bundesliga. Platz 5 Richtung Europa League. Die Elbflorenz gehört in die Europa League. Wenn nicht sogar Champions League sollte. Deutsche Meisterschaften feiern dürfen. Und fertig. Definitiv. VfB Stuttgart auf Platz 4. Ja. Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg gehört auf Platz 4. VfB Stuttgart ist mir. Naja. Kommt drauf an, ob sie sympathisch sind. Schwäbische Alb. Reutlinge. Was gibt's noch? Mössinger. Esslingen. Schöne Orte. Stuttgart gehört meiner Meinung nach schon in die Champions League. Ist ja auch eine große Stadt. Mit sehr viel Tradition. Aber Stuttgarter Kickers gehören auch nach oben. Genauso wie beim Haas. Genauso wie es von Köln mehrere Vereine gibt. Sollte es auch in Stuttgart mehrere Vereine geben. Oder von Berlin. Aber ja. Leider ist es nicht so. Platz 3. Schalke 04. Schalke gehört in die Champions League. Ohne Wenn und Aber. Gelsenkirchen ist keine so tolle Stadt. Aber Ruhrpott und alles ist okay. Aber Schalke an sich ist einfach sowas von Herzblut und Tradition. Die gehören ganz nach oben. Kommen wir zu Platz 2. Union Berlin. Ja. Ich finde die Köpenicker unglaublich sympathisch. Und würde mir wünschen, dass wir auch mal so einen Hauptstadtklub haben. Wie Real Madrid. Paris Saint-Germain. AS Rom. Und ganz ehrlich. Mit Hertha BSC wird sowas nicht gelingen. Hertha BSC ist mir eh nicht so sympathisch. Sondern wir bräuchten Union Berlin. In der Champions League. Die dann Real Madrid eiskalt weg. Weg. Weghauen. Oder Paris Saint-Germain. Ich würde es Union gönnen. Union Berlin ist mir einfach repräsentiert. Am besten die Stadt Berlin. Und Platz 1. Borussia Dortmund. Ohne Wenn und Aber. Borussia Dortmund steht für mich auf Platz 1. Wenn ich entscheiden dürfte, wer Meister wird. Borussia Dortmund. Union Berlin. Schalke. Stuttgart. Dresden. Leipzig. Wolfsburg. Braunschweig. Freiburg. Nürnberg. Darmstadt. Kickers. Karlsruhe. Viktoria Köln. Jan Regensburg. Die können sich alle um die Meisterschaft immer wieder streiten. Aber Borussia Dortmund sollte sie. Am häufigsten gewinnen. Aber ich will auf keinen Fall, dass es so eine Bayern-Dominanz gäbe. Also würde ich auch so wollen. Dortmund mal zwei Jahre Meister. Dann schafft es mal Nürnberg. Dann schafft es mal Wolfsburg. Dann schafft es wieder Dortmund. Dann wieder Braunschweig. Und so weiter. Das ist meine Hoffnung. Das ist meine Traum-Bundesliga. Und diese Vereine habe ich jetzt ausgelassen. Den 1. FC Köln. Den FC Bayern München. Hamburger SV. Eintracht Frankfurt. VfL Bochum. Hertha BSC. Und Arminia Bielefeld. So wie TSG Hoffenheim. Zumindest was die Bundesliga angeht. HSV ist nicht Bundesliga gut. Aber egal. Im Herzen von vielen Hamburgern bleiben sie es. Ja. Ich finde die Vereine nicht so cool. Aber das kann natürlich jeder für sich selbst wissen. Die wären bei mir nicht so weit oben. Beziehungsweise die würden wahrscheinlich bei mir in der Oberliga spielen. Oder in der Regionalliga. Würde aber gar nicht so viel ausmachen. Weil wenn der FC Bayern nicht oben ist. Dann würden wahrscheinlich viele Unterhaching-Fans sein. Oder Jan-Regensburg-Fans sein. Oder aus der FC Nürnberg-Fans sein. Und HSV-Fans wären jetzt alt 193 Fans. Also so viel Unterschied wird es dann gar nicht geben. Und vom 1. FC Köln würden die Fans alle zu Viktoria überlaufen. Ja. Das ist so meine. Und Hertha BSC wären alle Union Berlin-Fans. Das ist klar. Ja. Das würde ich mal so sagen. So würde ich es mir wünschen. Bayern nicht in der Bundesliga. Bayern nicht in der 2. Liga. 3. oder 4. Sondern ganz ganz unten. Aber wird natürlich nie passieren. Aber ja. So würde ich es machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Bei mir würde der Osten deutlich besser wegkommen als in echt. Aber der Norden dafür nicht. Ja gut. Schleswig-Holstein kennt ihr viele Vereine aus. Schleswig-Holstein. Denn eigentlich gibt es nur Holstein Kiel. Ja. Jedenfalls. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal Freunde. Haut rein. Und ciao. Ciao.